und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play battle block theater wieder mit katan-chan hallo und ja der ritter ist so cool dann haben wir gerade festgestellt irgendwie erwische ich immer die begrüßungen wenn time trial ist ja es wird jetzt wieder großartig ja das wird wieder super die werden wieder richtig sehen wie pro wir eigentlich sind ja ja aber so richtig das könnt ihr euch alle bestaunen vor allem es wird immer schwieriger ja vor allem die letzten male haben wir sogar die dinge immer erst mal gefällt ja ja jetzt sind wir so beim first try mhm nur vor allem auf first try und das letzte mal ach was war das denn das geht schon gut los ach ne noch oh nein keine Ahnung wo ich den wollte ach da müssen wir uns lieber werfen lauf bei dem bau ne da müssen wir uns überwerfen zu dem gem ich kann ja mal die kasse zu suchen und dich zu ich zu gehen ach ok auf dem oberen warte ich mach das ach so auf dem oberen ja auf dem oberen aha den hab ich eben gar nicht gesehen ja du musst irgendwo den unteren rüber laufen und dann ja erstmal auf dem unteren und dann rechtzeitig hochchampfen ja toll ich krieg einen Anfall ich schmeiß dich oh mein Gott du kannst du da rechts mal runter gehen damit ich bei dir komm ja du kannst du da rechts mal runter gehen damit ich verstehe komm 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 Sorry. Nein, ich hab nicht geschafft. Rechts, rechts, rechts. Danke. Jetzt waren wir so schön beide Bereitschaft. Okay, ich glaub, das können wir fast schon vergessen, aber... Egal, ich renne jetzt einfach mal und hoffe, dass es mehr Jams gibt. Gleich schaffen wir es ja dann. Wir sind ja erst gern, dass wir mal ein Gerotter zubekommen. Oh ja. Äh... Wieso licht so die jetzt? Soll ich den Stein drücken? Keine Ahnung, ich hab das mal aufgelöst. Ah. Ah! Oh! Oh no, toll. Well, that was different. Well, that was different. Different? Achso! Nein! Häh! Häh! Ja, deswegen wollte ich da weg. Ja, geh hoch, geh hoch! Na, toll! Was ist das zu dir? Achtung! Achtung! Ich dachte nur, ich sag's mal. Ja. Wenn wir da unten sicher... Achtung! Noch mal, ne? Kommt gleich noch mal welche. Oh Gott! What the fuck? Nein! Also ich bin oben. Oh nein, du bist oben. Ich bin das! Ich muss dich werfen! Ja, ich fritz mich einfach mal zu dir. Oh nein! Wir schaffen's weg! Nö! Doch nicht! Oh Gott! Jeder hat mal rübergekommen! Oh, ihr failed! Und so Leute, startet man einen Part erfolgreich. Äh, was? Erfolgreich gesagt? Ja! 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 Ja, toll! Wo ist das? Und den 1-Gem, den lassen wir, ne? Ja! Der ist zu schwer! Ja, der ist zu schwer! Der ist zu hard for us! Ja! Das können wir nicht! Zu blöd für! Ja! Auf der Trieb! Das Kling! Ja, bitte geht voran! Todesmutig! Ja! Super, Lott! Piu! Ich bin da nicht runter! Ja! Uaah! Nice! AAH! Außen! 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 Achtung! Ja! Das ist... ...meine Empower! Oh ja! Das fliegt leer an der Schalte und dann muss man rüber springen wenn sie aus sind... Aaaaaah! Ja. Äh, na. Ach, das bleibt doch wirklich. Autsch. Wir hatten aber nicht raus. Ah! Das ist zu stressvoll für mich. Ah! Ah! Oh, das ist das Exit! Oh Gott. Okay. Geh einfach! Oh Gott! Zu spät. Wir sehen, sorry. Alter, wäre ich auch vorrecht, wenn ich da hingegangen wäre. Ist ja klar. Der Wierstrich hat so einen Ball, ne? Ich verstehe deinen Problem nicht. Ja, ja. Oh. Ah! Du meinst auch nicht zufrieden? Nee. Oh! Ah! Nein, zufrieden! Nein, zufrieden! No! Ja! Oh! 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 Ach so! Ich verstehe! Oh! Aah! Oh! Was macht die denn immer? Ja, sie sind so schlecht. Was macht die denn immer? Wie? Achst du? Nein, lass mich doch hoch! Ich habe nur gedacht, der uns zwischen sichert. Ja, wieso geht das nicht? Er sagte ich eben auch. Das war's. Ein paar mehr. Komm. Achso. Wo bin ich denn auch da? Ja, geh einfach rein. Renn, renne, 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 renne. Oh, verdammt. Ah, ich bin da. Äh. Lauf einfach, lauf. Ich versuch's ja. Oh, oh. Ja, ja, ja. Oh Gott. Der wird uns ja Summe blüffelt. Nein, 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 nein. Ach, sie hat umgelandet. Nein! Geh, geh! Wieso bist du oben gelandet? Es ist kein oben gelandet. Mein Kind! Nein! Ja, 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 nein! Der Kopfbörter! Okay! Der Kopfbörter! Der Kopfbörter! Nein! Der Kopfbörter! Der Kopfbörter! Das.. Ja, der Kopfbörter! The Kopfbörter! Nein! Ich versuch' weiterzukommen und das schon mal zu machen und ich mach' das Jörg von. AAAAAH! Nein! Ach komm schon, ich hatte es doch! Nein, warum? Ich hab' gar nicht, weil... Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, mein Gott! Oh, was? Ich hab's! Vielleicht ist rechts auch so gut. Ja! Oh! Ups! Alter! Nein! Bussi! Geil! Nein! Oha! Ist doch recht! Oh, oh! Ah, ouh! Gester! Oh, oh-oh! Oh-oh-oh! Oh, oh-oh! Oh oh! Oh, oh, oh-oh-oh! Oh, oh-oh! klappt es nicht. na egal, ich bin hier gekommen. Nice, geholt. Ich habe mich geopfert. Aber wir hätten sogar noch locker Zeit gehabt für das Volknoll, aber das können wir ja nicht ahnen. Wirst du das mal versuchen? Ich kann jederzeit reinspringen. Okay. So kommt man da überhaupt wieder hoch, wahrscheinlich nicht, ne? Ah, ach ja, dann geh einfach. Bei dieser einen Stelle, wo es so runter ging, ne? Ja, ja. Ich bin jetzt wieder ruhig, bevor ich dir bitte in die Sequenz gelade kratzt. Mhm. Okay. Okay. Also sagen die Hatt war blessed by a voodoo witchdoctor, und dann cursed by another voodoo witchdoctor, like 20 Minuten später. Others claim Purham was adventuring through the treacherous caves of the Nightmare Princess when he found the hat perched atop a giant ruby. A ruby that naturally formed into the shape of a skull. A human skull. Ah! But you know what I think, children? I think the hat is haunted by all the souls of its previous owners. All their dreams and failures mashed together in a frantic, poisonous scramble of grumpiness and conflicting viewpoints. But I'm the dumb one, right? I mean, you got these voodoo, nightmare princess thingies. Easily the biggest crocs of sh- stuff I've ever heard in my entire life. But I'm the dumb one. That's fine. And not just anyone can dom the hat, you know. It calls out only to those who embody the exemplary qualities required. Charity. Bravery. Handsomeness. Gentlemanity. Inoffensive smell. ETC. And of course, proper head size. Guess that explains why cats can't wear it. Plus, who ever heard of a cat in a hat? That's preposterous. And heavy weighs the crown. He who wears the hat calls the shots. And in a time long forgotten, maintained balance. And ensured that everyone was plump and happy and wanted for nothing. But all good things come to an end, children. Well, that's not entirely true. I figure pizza will always exist. But this hat. Let's just say it's days of benevolent guidance are long over with. You might as well flip it over and use it as a toilet. I mean, Hattie hasn't lifted a finger to spread the wealth or encourage smiles. And the theater staff is really starting to feel unappreciated. Oh, look! This smoldering unrest has given birth to a precious little storm cloud. Aw, look at his little raindrops. And if things don't change around here, this little cloud's gonna grow up into a big, giant, scary cloud. And spray us all with the drenching downpour of horrifying madness. But don't lose sight of your mission. Hattie needs you more than ever now. And I know things look bleak. But even the word hopeless has hope in it. Plus, if you rearrange the letters, it spells peace-lash. The last part was probably unnecessary. I'm sorry. Psst. 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 Ah, here. Ah, here it is. It's not going on, it's not going right. Ah, here it is the 60th chapter. Okay. I'll see again again. Choose your favorite thing and pick your favorite stuff. Cool. Dinosaurier 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 Wir sind bei 16 Minuten. Können wir noch ein bissel? Oder sagen wir hier oben? Ja. Nee, das... Ich denke vielleicht ein Level noch. Okay. Das müsste, glaube ich, noch passen. Ein Level oder ein Dreier-Ding? Ähm. Einmal... Einmal und das hier, glaube ich, 6-1. Okay. Also 6-1 jetzt. Okay. Ja. Gucken wir mal, wie wir durchkommen. Ich hoffe, du findest Gems. And not death. And not death. Not death. Gehst du rüber? Ja, sorry. Lass dich stehen. Auf dem Ding. Sorry. Danke. Furt. Kommst du? Oh. Oh. Ah! Ich wollte mogeln. Ich wollte mich direkt da oben festhalten. Schade. Geht nicht. Nee, geht nicht. With the Glitter? Äh... Ah! Nein! Aber wir müssen auch was. Ja, geh du schon mal weiter. Ach so. Jetzt wollte ich es gerade probieren zu holen. Ja, kannst du auch machen. Yep! Nice! Ach, ich jetzt... Oh, fail. Ich hätte auch da oben hochgekonnt einfach. Ja, passt. Passiert irgendwas. Du hast ja auch da oben hochgekonnt. Oh, ja. Oh, ich bin gerade oben. Oh. Ich bin gerade oben. Ich bin gerade oben. Okay. Oh. 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 Jetzt brauchen wir den... Was halt da rechts, okay. Wird da weggehen, genau. Ja, ja. Sehr schön. Ach, hier sind Bilder. Okay. Okay. Ich meine, wer jetzt echt mit der Schwierigkeitsgrad ansteigt. Ja. Wir brauchen da beide. Okay. Bleib erstmal da rechts hopfen, weil sonst hast du links ziemlich dickes Problem, ja. Es sei denn, du kannst dich natürlich auch hier unten halten. Alter, wieso krieg ich das jetzt nicht hin? Alter. Warte. Ich glaub nicht, dass das funktionieren wird. Nee. Ich kann mich da auch nicht einfach hinstellen. Es ging doch eben. Es muss auch gehen. Hä? Wenn ich hier echt bin. Ja, und dann... Ja, fast. Du kriegst es schon hin. Oh, go. Weil ich hab's doch eben immerhin bekommen. Ja, und jetzt, genau, und jetzt. Ja, ja. Nein. Ich kann das halt nicht ohne einen Werfer machen hier. Okay. Moment. Ich bin da aufpassen, was ich tun. Ich hab dich mal auf mich rausstellen. Ach. Fürs Erste. Nein! Was tust du? Was tut ihr leid? Na gut, dann kann ich hier noch ein bisschen gemütlich die Erdschel-Taste halten. Ja, lieber euer Eifer hoch. Hä? Das ist nicht gut. Hä? Ich hab mich nicht mehr bewegt. Wieso ist meine Platz nicht nach oben? Was ist ein Mensch? Kann ich nicht? Bäh. Ist okay. Äh. Oh. Autsch. Also ich versteh das Br... Hm hm. Da kann ich nicht rein. Ja, halt. wenn du einmal drüben bist du einfach die sprungkaste tackern und nach rechts bleiben dann kommst du höher siehst du überhaupt kein problem jetzt muss der eine dann den anderen schnell schleudern ja ok 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 ja ok ok Willst du nicht nach dem Gem da umholen? Ja, will ich. Achso. Aber ich kann nicht dran. Ja, stop doing that. Stop flaming me. Nur erzähler. Nein. Ja, du musst mir mal den rechten wegziehen. Oder so. Oh. Oh. Oh, okay. Ja, ähm, wir müssen eine Treppe bilden für den Block. Dann können wir den untersten gleich wegnehmen. Ja. Warte. Der geht da echt rüber. Wir müssen dann hier immer die. Ja, nimm den untersten mal kurz. Hopsi mal. Sorry. Okay, läuft sogar noch. Warte. Geht er weg? Ja, passt, 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 passt. Ich glaub, wir brauchen immer. Doch, ich glaub schon. Geh weg. Ja schon. Da. Da hast du. Hier. Danke. Ja, und dann benutzt du mich noch als Trittbrett. Ist okay. Natürlich. Natürlich. Okay, jetzt sind wir bei 24 Minuten. Ja, hier würde ich aber sagen, machen wir Schluss, ne? Okay, aber die Gärten machen wir. Ja, klar. Du hast einen A. Du hast einen A. Du hast einen A. Du hast einen A. Schön. So. Und du hattest. War dran, ne? Ja. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Katan sicher auch. Natürlich. Ähm, über einen Kommentar oder eine Bewertung würden wir uns natürlich sehr freuen. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet und beim jeweils anderen vorbeischauen würdet. Ähm, ja. Und ja, ansonsten sehen wir uns ja dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Together. Ja, BattleBlog4Eto mit Katan. Bis dann, macht's gut. Tschau Leute. Tschüss.